Diese Mirage ist streng genommen nur ein Dreirad, aber der absolute Verkehrsraudy von allen. Der absolut größte Verkehrsraudy von allen. Er kann aber auch anders. Seine große Stärke ist das rückwärts einparken und seinen Führerschein erhielt er gleich beim ersten Versuch. Ja, ist doch schön. Also. Gott, das ist Willen, ey. Wer sich auch immer diese Texte ausgedacht hat. Großartig. Einfach großartig. Ob wir hier oben ankommen werden. Man weiß es nicht. Na. Machen wir das selber wie gerade. Schon mal der Kleine weg. Das ist gar nicht der Schwachpunkt von denen. Toll. Egal. Ich höre trotzdem fleißig drauf los. Was weg ist, ist weg. Und was weg ist, gibt immer noch XP. Yay. Oh. Das ist bis auf Fünkchen mein ganzes Team Level 50. Geil. Also oben die gestapelten Mirage. Freut mich. Hm. Ob das jetzt wieder so lange dauert wie in einem Kristallturm? Da sieht's zu aus. Deswegen gehen wir mal die andere Seite lang. So abwechslungsmäßig. Ne. Und diese Kette geht, was weiß ich, wie viele Meter in den Himmel, ne? Und ich so überlege. Och Gott, ey. Wer denkt sich das denn bitte aus? Das ist doch Schwachsinn. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Das könnte man auch ein bisschen kürzer fassen. Noch nie. Mach doch nicht so was. Hey. Wahrscheinlich, ja. Sieht ne haste aus. Sag ich doch. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Die sind jetzt kaputt. Ja, komm. Hau drück. Ja, das war viel doch nicht. Nicht, dass ich mich aufrege, aber leck. Mich am Arsch gibt mir das gerade auf den Piss. Ach, ich bin so doof. Warum? Warum bin ich so? Komm, ey. Oh, komm, ey. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Nein. Ich reg... Danke. War das jetzt so schwer. Ja, war das jetzt so schwer. Ja, leck mich doch am Sack, ey. Der will mich doch verarschen. Okay. Kann man scheinend wieder nicht zweimal dieselben Attacken hintereinander machen. Ich bin bei der Leroy wieder nicht. Aha. Sackfalt. Sackfalt. Und da. Ja. War viel halt wieder. Ja. Ich krieg die Gräser. Ich glaub' das ja jetzt nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ja, freu ich mich auf den Bosskampf, ey. Dann nicht, dann stapel ich halt. Mann. Oh, danke. Fall doch einfach doof. War das jetzt so schwer? War das jetzt so schwer, einfach nur tot umzufallen, ja? Ja. Manchmal, ja. Und die beiden sind zohmisch. Na super. Danke. Das hab ich jetzt gebraucht. Da landet es manchmal so dämlich, ne? So richtig dämlich. Das ist Erde, ne? Ich weiß gar nicht, ob das bringt. Wind? Ist das Winter in der Schlachtung? Pass mal. Oder auch nicht. Dann heil ich mich halt erst. Ist mir auch egal. Oder Wasser. Ja, Wasser hilft bei Feuer. Was denn das? Von dort zu Eisung? Dann krieg ich Feuer und Eis, ne? Ah, ich lasse die noch. Was machen? So. Mäh. Das dich halt nicht. Komm, fall einfach oben. Nicht ich. Yay. Das war ein saftiger Volltreffer. Bitte mehr. Volltreffer. Nicht verfehlen. Danke. Das war kein Volltreffer, aber droht es an. Das ist die Hauptsache. Jo. Kein Level Up. Kein Level Up. Ich hab heute leider kein Level Up für dich. Äh, äh. So. So. Musereichen. Musereichen. Was passiert nicht daran totschen? Usch. Ähm. Achso. Dann komm ich wieder zurück. Tolle Karte. Dann muss ich halt da dran totschen. Bin ich hier richtig? Seht ihr das? So. Ist gleich rechts lang. Wo links wieder diese Lücke eingezeichnet ist. Oh Mann. Ohne groß irgendwelchen Miragen. Und zu begegnen. Einfach durch. Ich hoffe da kommt nochmal ein Speicherpunkt. Ich denke mal vor du stirbst bis Game Over. Und musst dann wieder am Speicherpunkt anfangen. Den ganzen Driss nochmal machen. Boah, wäre das nervig. Kommt jetzt ein Papa da. Das sieht jo da aus. Ist das da hinten eine Kiste, dieses Rote? Gib mir mal eine Kiste. Ne, doch nicht. Ist irgendwas anderes. Ach, wieder so ein Teleport-Ding. Ja, komm. Geh mich hoch. Ganz weit nach oben, bitte. Was? Oh. Wer hat es jetzt recht? Ja, sieht gut aus. Ich glaube, es ist nicht falsch. So. Gehen wir mal hoch. Ne? Ist doch... Ja. Ist richtig. Oh, jetzt ist das ein nerviger Fußmarsch. So. Jetzt mach ich hier. Ist wurscht. Und oben ist wieder... 50-50 Chance, dass wir richtig gehen. Äh... Weil zumindest sind... Weniger... Ach, nee. Geh mir doch nicht auf den Sack. Geh mir doch nicht auf den Sack. Bitte nicht. Nein, nicht Feuer! Äh, ich bin so doof. Da war ich zu schnell. Geh mir doch mal was Wasser drin. Oh, Wasser ist auch ein Rumput. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ach, komm. Nimm mal eins weg. Was dann? Glitcha. Dann nochmal Wasser. Da. Aquara. Ist ja schön. Das ist sehr, sehr schön. Da kommt fast geschafft. Komm. Komm schon. Yay! Ja, dude! Alle dude! Stufenanstiege sind immer gut. Die nehmen wir blind mit. Aber ich würde gerne, bevor ich zum letzten Boss gehe, diese Entwicklungsstufe von Tama bekommen. Also nur so... das Habenswillen. Was dann nicht? Dann müsste er ja dann... ...Held? Werden? Ja. Würde er sich dann anbieten. Wenn ich so klein bin, die ganze Zeit. Sie. Tama ist eine Sie. Vergiss das nicht. Ist irgendwie die ganze Zeit das Tama weiblich. Also, das Tama weiblich ist ja so rum. So. Das war abzusehen. Huch! Das eine ist eine linke Klau, und das andere Anbieter. Und das andere Anbieter. Ich möchte. So. Hm. Warum ist der jetzt resistent? Ey. Will ich fangen? Also fange ich Kifa. Yay! Cool. Ja, ein Mirage wurde gefangen. Beschwemmern wir uns nicht, ne? Ist ja eigentlich. Cool. Übertrank. Das ist auch sehr gut. Abschneiden, zerschneiden, durchschneiden. Hauptsache, diese Mirage kann etwas schneiden. Besonders gefährlich wird das, wenn sie gemeinsame Sache mit der linken Klaue macht. Hält sich selbst übrigens für einen Linkshänder, ist aber von rechts wegen ausgeschlossen. Was aber von rechts wegen ausgeschlossen ist. Hä? Die hab ich doch. Ja, ist mir jetzt egal. Bin mir sicher. Nee, ich dachte, das wäre eine linke Klaue. Aber stimmt, ist rechts. Da hab ich nicht aufgepasst. Naja, wird's doch alles besser haben als brauchen, ne? Bin ich rüber. Bin ich jetzt richtig? Ja, sieht richtig aus. Dann mal einmal rum. Dann an die nächste Teleportflitsche. Ich hoffe, dass wir dann noch einmal den Weg hochkraxeln müssen. Und dann endlich Ruhe ist. Na, ich bin mal gespannt, wie stark der jetzt wirklich ist. Noch mal den Blatt kriegen. Ich lass mich überraschen. Wie weit sind eigentlich unsere... Ah, fast voll. Das ist sehr gut. Die Erlöser... Leiste oder dieser Kristall. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht unterbrechen. Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt hab ich's aber gleich. Ich weiß, wie ich es. Es ist ein Name. Es gibt viele Videos auf dem einen 1,000 Menschen. Es ist natürlich, aber... wenn es nicht sein, bis ich alle 3,000 reichen Menschen sind. Und... ich weiß... Sekunde Na 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 Ne 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 Nerf Oh mein Gott, was ist hier los? called nicht verarschen. Ich bin schon mal einmal weg. Ah, toll. Das war schon mal der zweite weg. Das war ja auch intelligent. Naja, kriegen wir uns nicht auf. Hm, einmal gut raus. Nein. Nein, tiefer. So. Nein. Nein! Ah! So. Bloß nicht sehr den falschen Willen. Oh, die kann immer mal nix sein. Was kann so eigentlich, weil... Das war der Fall schon mal. Damit sie uns beide Schaden kriegen. Oh, nochmal. Kann man nicht einsetzen. Das ist kacke. Äh! Nervig! Du blödes Fick-Schnitzel. So. Ach, kacke. Jetzt muss ich... So. Und jetzt wieder. Ha! Ich bin voll blub. Ach, das ist eine neue Anleitung. Los. Und. So. Und. Wofür das denn? Jetzt muss ich mich noch einmal heilen, weil sonst sieht das im nächsten Kampf nicht so gut aus. Oh! Allein. Ne? Oh! Ich bin voll. Boah! Bei euch!